ja leute was geht euer geckos wieder beim start heute in der dritten folge von clash royal an meinem 18 geburtstag das auch noch oh mein gott was geht hier endlich kann ich legales modell spaß spaß ja wir sind hier bei der dritten folge und ja wie wenn ich habe zwar schon eine aufnahme gemacht aber ich habe nicht verkackt habe ich auch ein paar trugen geöffnet aber da war nichts drin deswegen wird jetzt auch mal hier aufmachen weil ich kann weil ich es kann sagt weil küre ich kann es einfach dann machen wir den nächsten silvertruhe auf ja ich war auch schon über den 1000 pokalen aber wie gesagt da fehlt es noch ein bisschen an power und ich bin auch schon level 5 geworden richtig nice hier sieht man mein neues weg ich habe hier den ballon die pfeile skelett army riese musketieren auch auf drei gemacht gestern skelettkobulde wollte ich schon sagen sperrkobulde lakaien und die liebe süße hexe die ich liebe so wie wenn ich auch mal ein paar schöne schnieke runden spielen die max 20 gamer läuft bei dir bruder läuft bei dir so setzen wir die sperrkobulde mal hin und die lakaien weil da kommt noch ein musketier hinterher damit die auch mal dauern geht weil der sieht hex am besten hexe am besten meine liebe süße hexe die artiger ja 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 so jetzt warten wir mal schauen was der gegner machen wird es jetzt eine hexe rechts ok da komme ich links mit dem ballon mit meinem ei komme ich über links so rechts machen sie ein bitch fight links kann ich sich ganz in ruhe kümmern da kommen die musketierin gibt den turm den rest so sperrkobulde also die machen gut der match die waren bei meinem rechten tower gut der match oh nein die bitch hat nein aber man kann schon mal zwei turmer down nennen weil die haben ja gar kein leben mehr einem einmal feile drauf und das ding ist weg so lakaien hinterher als unterstützung genau dann tankt der riesig gut da kommt der links mit einem ballon ich sag's nicht der match der macht ihn halt so easy down der macht das so viel damage nein aber ich komme gut durch einen turm habe ich scheiß auf den rechten die verliegt sowieso die hat nämlich beide ja ja ich habe beide türme von ihm musketieren lakaien jetzt mache ich den druck unter marsch jetzt mal ein feuer unter marsch ich zünde ihn an skelett armee so ich brauche jetzt noch eine hex oder im ballon ok eine hexe sperrkobulde links gut ich brauche noch ein bisschen verteidigung musketieren kompost push 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 macht auch da ist unser dreier dreier gangbang dreier dreier ja ja ich will was sagen wir springen in den in die nächste runde bis gleich vor iter ein ruska ein ruska gibt mir doch bisschen wodka lieber bruder ich brauche wodka ich hab heute 18 geburtstag ich brauche bisschen was zu saufen bruder gib mir was lieber schicks per expressversand habe ich morgen kann ich saufen saufen bis zum abfallen es können nur coole leute unter anderem ich kommen meine süße maus geht durch rechts durch rechts durch bruder ich würde geht rechts durch macht die scheiße weil kühle down macht die scheiße weil kühle da unten sehr schön was machen wir als nächstes ich push mit dem ballon durch links weil er noch rechts abgelenkt ist oder auch nicht sperrkobel kommen auch bis hin zur unterstützung sein linken turm bekomme ich sie er bekommt aber auch meine rechten weil ich habe keinerlei die fenster musketieren du musst es tun nice nice er hat mein turm nicht bekommen das war wichtig das war wichtig feile drauf jolo dem alle kaputt hier so jetzt muss ich einfach meine eier bis ein schaukeln und dann habe ich so hexe werde ich setzen wenn er eine hütte setzt pech gehabt bruder das hätte ich meine bitch sie regelt alles für mich sie ist meine freundin meine freundin meine freundin so der ballon darf nicht so kassieren er muss schön durch spazieren oder auch nicht kommen feuer unter marsch lasst sein arsch brennen ok hat meinen rechten turm da ist not nice aber zentrums weg weg vom fenster weg vom fenster mein fenster kollege wag es nicht einfach meinen boss zu killen wag es nicht ja macht sie down macht sie doch noch zu doern macht sie doch und und dann meinen haupturm ist tor ist gleich doll ist gleich stell sixlei aus mein haupt tour ist dau down 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 alles klar Danke, du ganz netter Kerl. Danke, danke. Ich wünsche dir auch kein Glück. So. Riese kommt. Sehr nett. Und dann hat er nichts Besseres zu tun, als mit seiner Barbarenhütte zu kommen. Kollege, das ist asozial. Steckst du woanders rein. Hexe pusht mit, dann setzt ich nämlich noch den Ballon gleich. Wenn der Riese weit genug ist. Genau, jetzt kommt noch der Ballon. Ich brauche Pfeile. Zack. Okay, das hat ja super funktioniert. Genau wie ich es wollte. Ja, ich wollte es genauso. War alles geplant. Alter, wie viele Hütten hat denn der Bastard? Ist unmöglich, der Kerl. Na gut, wenn er es so will, dann muss ich halt über rechts pushen. Hat er Pech gehabt. Dann muss ich links irgendwie eine Hexe setzen, die die Truppe ein bisschen... Oh. Jetzt kommt er mit dem Ballon. Jetzt kommt der lieber her mit dem Ballon. Passiv. Er hat's. Juckt ihn nicht. Ah, das wird zum Beispiel... So. Gegenkonto eingeleitet. Komm, komm, komm. Push. Jetzt mach ich den down, den Kerl. Er dachte, er kann mich besiegen. Einfach so. Hat er sich mit dem Falschen angelegt. Geckos Army ist die beste Armee der Welt, der Galaxie. Zack, beide Hütten down. Musketieren hinterher als Unterstützung. Spannende Musik läuft im Hintergrund. Die Bitch kommt über links. Dann setze ich doch den Riesen davor als Tank. Sperrkobold, ey. Skelett Army. Come on, come on. Komm, Alter. Was ist das für ein Haufen da? Zack. Alles reingepimmelt. Come on, come on. Ey, der hat so viele Hütten. Das ist unglaublich. Wir können jetzt ja fast ein Porno drehen da hinten, was für eine Party da abgeht. Komm, 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 komm. Ah, Pfeile waren blöd gesetzt. Richtig blöd. Musketieren hinterher. Jetzt haben wir zwei da. Da komme ich hier noch die Sperrkobolde, weil sonst ist mein Hauptturm gleich down. Das wollen wir hier ganz sicher nicht. So, Riese. Jetzt muss ich langsam rein. Lakaien hinterher. Pfeile rein. Ich hätte vielleicht über rechts pushen sollen, nicht, Trottl? Yeah. Ja. Unentschieden. Danke. Nein, ich kann dich nicht schlangen, Snow. Nein, nein, nein. Nein. Ich schlag dich nicht. Ich schlag keine Mädchen. Hihihihi. Heute bin ich ja super drauf. Ich bin ganz witzig heute. Meine zweite Ehefrau geht voraus. Das ist jetzt hier eine Hexe für die Barbaren. Natürlich noch eine Skelett-Armee, weil ich so nett bin heute. Er natürlich auch. Aber das bringt ihm nichts. Ich habe auch Pfeile. Sperrkobolde pushen mit. Vielleicht wird es ja was. Immerhin vielleicht, wenn ich ganz gut Damage abziehe von ihm. Das wäre nice. Jetzt noch mit dem Lakaien. Babydrache. Okay, Babydrache ist abgelenkt. Dann kann ich den ein bisschen dauernd kriegen. Oder auch nicht. Aber beide Tömer haben schon mal sehr gut Damage gefressen von ihm. Das gefällt mir. Level 4 musketieren hat die schon. Nice. Die ist halt schon der. Komm. Jetzt kommt meine zweite Ehefrau über rechts. Okay, was mache ich? Was mache ich? Ich pushe die Hexe hinterher. Ich komme auch schon direkt die Barbaren. Aber meine schöne Frau wird down gehen. Meine sexy Maus geht down. Jetzt kann ich pushen. Aber dafür habe ich jetzt geht, dass mein Turm down geht. Aber dafür kommt mein Ballon gut durch. Mein Ballon macht sehr gut Damage. Ich habe auch seinen Turm. Nice. GG, GG. Zack, Pfeile rein. Schön. Jetzt warten wir ein bisschen, bis er da ist. Damit wir eben Damage rein drücken. Sehr gut. Jetzt versuche ich mal einen kompletten Push über rechts. Ich riskiere es einfach mal. So. Speerkubel der Run. Skelett-Army. Auch rein pushen. Zack. Pfeile rein hier. Weg sind sie vom Fenster. Komm, ich muss irgendwie bei rechts. Weil der will meinen Hauptturm bekommen, glaube ich. Und den darf er nicht bekommen. Der darf ihn nicht bekommen. Um keinen Preis. Noch eine Hexe. Zweite Hexe. Rein da. Komm. Push dich. Push dich. Spannender Fight. Spannender kann es nicht werden. Komm. 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 Push. 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 Nein. Komm, 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 komm. Komm, komm. Ja. Ich hab's. Ich hab's. Oh mein Gott. War das ein geiler Fight. Ey. Das war so nice der Kampf. Nice. Spannung pur. Und dann habe ich mir gesagt. Komm. Scheiß auf die linke Seite. Du musst durch die rechte. So Jungs. Das und Mädels natürlich. Das war's dann mit diesem Part hier. Ich hoffe es hat euch gefallen. Einmal. Etwas längerer Part. Mit so circa 15 Minuten wird der glaube ich gehen. Und ja. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat. Lasst mir doch ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Beziehungsweise heute Abend. Schaltet einen im Stream. Und ja. Haut rein und ciao. 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 Vielen Dank.